Die Feuerwehr Leibheim wurde heute Morgen gegen circa kurz vor vier auf die Bundesautobahn 8 Fahrtrichtung Stuttgart zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person alarmiert. Nach Eintreffen an der Einsatzstelle und Lageerkundung stellte sich die Lage wie folgt dar. Ein Kleintransporter war auf einen LKW aufgefahren. Der Beifahrer dieses Kleintransporters war massiv eingeklemmt. Nach der medizinischen Erstversorgung durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst wurde dann in Absprache mit dem Rettungsdienst die technische Rettung durchgeführt. Es wurde die Einsatzstelle abgesichert, der Brandschutz sichergestellt und verkehrsleitende Maßnahmen durchgeführt. Im Anschluss an die technische Rettung bzw. die Befreiung des Patienten wurde dieser im Rettungsdienst übergeben. Und wir übernahmen die weiteren Tätigkeiten der Einsatzstelle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017